Hallo und herzlich willkommen zu diesem interaktiven E-Training über die Technik und Umsetzung von Solaranlagen. Am besten erklärt uns das ein Fachmann. Können Sie uns hören? Bin bereit, wenn ihr es seid. Okay, hier kommt Bild Nummer 1. Ne, 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 das können wir gleich knicken. Wir wissen nun, dass die Größe und Ausrichtung von Photovoltaikmodulen neben anderen Faktoren wie Sonneneinstrahlung oder Techniktyp darüber mitbestimmen, wie viel Energie produziert wird. Schauen wir uns die DC-Montage im Detail an. Ziehen Sie die korrekten Argumente für Photovoltaikanlagen nach rechts. Klicken Sie anschließend auf OK und prüfen Sie Ihr Ergebnis. Alles korrekt. Für den Augenblick glaube ich alles verstanden zu haben und freue mich einfach auf die Dinge, die kommen. Dann lassen Sie uns doch keine Zeit verlieren und einen Zweittermin für das Angebot suchen. So oder so ähnlich kann man sich einen klassischen Abschluss eines Ersttermins vorstellen.